So Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video dabei sind wieder Daniel und Jason. Wir holen uns Wasser. Und wir sind jetzt Erika. Der holt sich auch jetzt schnell Wasser. Und mal schauen, was uns alles erwartet. Okay, ich habe mir Granatapfel, der hat sich physisch, physisch, der Apfel ist leer. Ja, er hat sich physisches Wasser geholt. Physisches Wasser, okay. Alles da, ich bin schuld. Daniel will sich Wasser kaufen. Der ist mal gesund. Okay, geh mal rum hier. Ja, gleich. Wenn man es mal hier bewegen kann. Checkt auf jeden Fall bei Daniel und Jason ab. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Checkt mal den Beifern auf. Ja. Checkt bei Jason ab. Du bist auch bei dir. Ja. Und wenn wir dann später gleich mitbewegen, kurz mit unserem Einkauf fertig sind. Wow. So Leute. Krass geht ab. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns mit Jason und Dani draußen. Tschüss. So Leute da ist Dani und Jason. Wir haben unser Wasser gekauft auf jeden Fall. und wir gehen jetzt zu einer Brücke, weil wir auf Benno warten müssen. Da ist Kamera. Ja, wir gehen jetzt zur Brücke. Zu viel Rede. Der hat sich 5 Liter Wasser gekauft, Leute, weil ihm 1 Liter nicht reicht, kauft er 5 Liter. Und das hat der Jean-Pierre, der hat es für 1,20 Euro gekauft, die kosten ja nur 8,50 Cent oder 9,50 Cent, keine Ahnung. Wir gehen jetzt da hoch, wir sehen uns gleich. So, Leute, die gehen jetzt den Berg runter. Wir haben vorhin bei Kanalberg gecheckt, da oben, bis sie runterkommen. Ich bin einfach ganz bergrunter gerannt, Leute, ohne runterzufallen. Die brauchen aber lange. Ihr könnt mal schneller runterkommen. Wie die schneller kommen. Der, wie oft fällt der runter. Dani ist schon 10 Mal runtergefallen, Leute. Von da oben bis hier runter. Der rollt gleich runter. Wir gehen jetzt zu Benno, Leute. Der sollte gleich kommen. Hab ich leer getrunken. Ich bin wegen dir jetzt zweimal runtergefallen. Wieso wegen mir? Weil du uns dann durchgeführt hast. Nein. Wo ist es jetzt? Um den Berg gehen, oder was? Sag mal, ich glaube, ich höre nicht richtig. Welche Dose? Welche Dose? Ach so. Meine Flasche ist auch gleich. Genau. Wie die von mir Geld wollen. Wenn da überhaupt mal da ist. Geld? Wie der Fahrer fährt. Wie der Fahrer fährt. Da ist Benno. Da ist Benno. Was ein Fisch. Wie der rumläuft. Wie der rumläuft. Was ist das? Ah! Uah! Uah! Lass diese die Stimmung gehen. Unser heimischer Allmann ist zurück. Ja? Dorsten Müller! Siegner, was ist das? Ja, okay. Jetzt will. Wie gerade ich würde sagen? Ja. Später weiter. Das ist ein bisschen weh. Ja. Lass es filmen. Das ist ein Idiot. Ficke weh. Warte, jetzt schau jetzt. Das ist ein Torsten, ne? Also, Siegner, die machen über dich lustig. Wie gerade? Zwei Stunden, Digga. Zwei Stunden, dann nochmal 18 Minuten, Digga. Oh, und keine Sekunde mehr. Nein, das ist genau zwei Stunden rausgeflogen bei mir. Nee, ich glaub das ist... Ich schlieb dein Handy. Das ist irgendwie... Ich weiss das. So Leute. Ja, Digga. Ich bin gestern, ich war Volksfest bei Feuerwehr. Ja, Digga. Du warst bei Volksfest? Nein. Wie der ohne uns war? Ey, mein Gott. Das ist eine Sanktion zu Kiesi. Ihr wolltet doch nicht Volksfest, Digga. Ich hab dich gestern gefragt, willst du Volksfest? Das war schon spät, aber... Amos ist ja ein Feuerwerk. Der hat mir um 90 Uhr gespielt. Äh? Was glaubt ihr? Ihr habt gesagt, Freitag wollte ich Volksfest. Aber er dürfte ja nicht. Nein, ich durfte ja aber, Digga. Äh, nicht. Ja, es ist... Ja, Digga. So ist das? Ja, der Schandell. Der Wetter war scheiße. Wir gehen Mittwochs und wir... Wir gehen jetzt weiter. So Leute, wir sind jetzt im Restaurant mit Benno. Wir feiern seinen Geburtstag. Jason und Daniel. Der hatte eigentlich am 31.8. Geburtstag. Aber wir haben es vergessen. Tut mir leid. Alles Gute zum Geburtstag. Hoffentlich. Und da ist Jason. Deine. Ich wollte dir deine sagen. Da ist deine. Also wir haben schon gegessen. Kann ich wieder übernehmen? Die essen Nachtisch, Nachtisch. Der hat schon Nachtisch gegessen. Ich hab auch gegessen, aber unser Teller wurde schon abgeholt. Im Restaurant immer noch. Ich muss... Ich muss noch holen. Geh. Glückwunsch. Genau. Ich hab mir jetzt hier noch ein bisschen was von der Süßtheke geholt. Und es gibt auch Reis. Es gibt einfach alles. Und ich würde sagen. Finde ich geil. Hier so. Da ist auch hier dran. Ja. So Leute, wir sind raus aus dem Restaurant und gehen jetzt zu Volksfest. Bisschen rumgucken. Gail mit Benno und Jason und Daniel auch. Wir sehen uns gleich bei Volksfest. So Leute, wir sind jetzt Volksfest. Ja. Mit Jason und Daniel. Wir sitzen jetzt ein bisschen bei Wiese und danach gehen wir auch rein. Bisschen rumgucken. Gail. Gail. Waaay. So Leute, wir sind raus aus Volksfest. Wir gehen jetzt Benno ein Klo suchen. Ja Mann. Hier sind die ganze Autos. Gail. BDG Klo. BDG Klo. BDG Klo. Wo Nossa? Nee. Dai Jin Eck. Gail. Ähh, der Benno muss unbedingt scheißen. Des länger suchen wir für den Klo. Ähhh,sit ist auch erst morgens, wenn die Welt. Gut機, egal. Muss man auch kurz rein gehen? Oderuchstilo? So Leute. Wo ist hier die Toilette? Die Schreiber Toilette. Wo ist das? Hä? Ich komm da hinten irgendwo. Weiß nicht, muss gucken. Ja Leute, die sitzen sich hier auf dem Bank. So Leute, wir sind jetzt hier bei Messe. Wir wissen nicht... Ja Leute, wir sind bei Messe auf jeden Fall. Nürnberger Messe. Da ist Volksfest, da ganz hinten da. Volksfest. Dann ist hier der Messe. Und der Parkhaus von Messe ist hier ungefähr. Da kann man auch sehen. Ja Leute, hier könnt ihr mal vorbeikommen und beachten was hier gibt's. Hier haben wir Messe. Hier haben wir dann für behinderte Leute. Kann man hier drücken. Also für Jason. Sparspaß. Gell? Parkhaus. Hier ist Pirat. Ja. Er ist jetzt gerade aufs Klo gegangen. Wir haben jetzt hier gefunden. Wir haben jetzt hier gefunden. Wir haben jetzt hier gefunden. Mülltonne. Ja. Ja, Benno muss Klo gehen. Keine Ahnung wo der Klo ist. Der hat's wahrscheinlich nicht gefunden. Der sucht ganze Parkhaus ab. Ja. Auch Jasons Kanal? Ja. Könnt ihr gerne abchecken? Ja. Könnt ihr alles abchecken? Ja. Da ist da sehr viel los. Am Freitag. Ja. So Leute. Das war's mit dem kleinen Vlog. Sag ich mal. Wir waren jetzt. Benno sein Geburtstag feiern. Bisschen draußen. Und danach bisschen Fortsfest. Bisschen Messe und so. Spazieren halt. Checkt auf jeden Fall den anderen Kanälen ab. Von Benno, Jason und so weiter. Checkt auf jeden Fall alles ab. Liked das Video. Teilt es mit euren Freunden. Abonniert gerne den Kanal wenn ihr noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall muss ihr das machen. Und die Glocke aktivieren wenn ihr auch noch nicht gemacht habt. Weil bald kommen ja geile Videos gell? Also allgemein kommen ja geile Videos. Aber um nichts mehr weiter zu verpassen. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und ja sag ich mal. Wir beenden das Video hier mit. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Wie schon gesagt. Abonnieren. Mich unterstützen. Na klar. Mit einem Like und ein Abo. Unterstützt ihr mich. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wenn ihr noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Oder bei einem neuen Short Video. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.